Diesmal ist es leider ernst. Das hier ist jetzt mein letztes Video auf YouTube. Ich werde Ihnen gleich sagen, warum und ein paar Sachen gibt es auch noch, die ich unbedingt heute noch loswerden will. Also bis gleich. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich habe immer befürchtet, dass der Tag irgendwann mal kommt und jetzt ist er da. Ich trete vor Sie hin und sage, das ist heute definitiv mein letztes Video. Das habe ich vor einem Jahr so ähnlich zwar schon mal gesagt, aber da haben wir ja eigentlich nur den Kanal umgebaut und erneuert. Aber diesmal ist es ernst. Der Grund ist ganz einfach. Ich werde mich verändern. Ich habe ein Angebot bekommen, das ich nicht ablehnen kann aus der Schweiz. Ich werde da in Zukunft auch Aktien analysieren und Börsen analysieren und auch kommentieren. Das ist schon auch interessant, oder? Und Sie sehen schon, ich übe auch schon ein bisschen. Aber was ich dann eben nicht mehr machen werde, das sind hier auf YouTube Videos. Und da können Sie sich jetzt wahrscheinlich auch denken, das fällt mir jetzt auch nicht so ganz leicht. Ich habe hier in den letzten sechs Jahren über 400 Videos gemacht und das war ja auch irgendwo dann wirklich ein Teil meines Lebens in den Jahren. Und es hat auch Spaß gemacht. Aber es hat eben auch darum Spaß gemacht, hauptsächlich, weil ich gesehen habe, es kommt auch viel zurück. Und dass es da draußen eben auch noch andere gibt, die sich auch für das interessieren, für das ich mich interessiere. Und dafür schon mal vielen Dank an Sie. Und was gäbe es nicht noch alles zu sagen hier, was jetzt wahrscheinlich nicht mehr gesagt wird. Aber erlauben Sie mir, dass ich in meinem letzten Video jetzt noch ein paar kleine Statements jetzt noch abgebe, als Schlusswort sozusagen. Erstens, es ist hier ja meistens um Börsen gegangen. Und Sie wissen wahrscheinlich, es gibt ganz bestimmte Börsen, die waren mir persönlich immer ein ganz besonderes Anliegen, nämlich die Schwellenländerbörsen, die Emerging Markets. Hier haben wir nochmal den MSCI Emerging Markets Index die letzten 15 Jahre. Der Chart ist von TradingView. Es war eine einzige lange Seitwärtsbewegung eigentlich nur und mit einer Rendite in der Zeit gleich null. Seit der Finanzkrise haben sich die Anleger fast ausschließlich wieder nur auf die reichen Länder fixiert. Klar, Nullzinspolitik und so weiter. Das war der große Wettbewerbsvorteil der reichen Länder, den es so jetzt aber nicht mehr gibt in der Form, meiner Meinung nach. Und wenn ich jetzt eine einzige Empfehlung abgeben könnte noch an Anleger für die nächsten Jahre, dann würde ich sagen, versuchen Sie, dass Sie auch die Emerging Markets nicht aus dem Auge verlieren in Zukunft. Es sind Länder, die wirklich Qualitäten haben und ich gehe davon aus, dass diese Qualitäten irgendwann auch wieder mal wiederentdeckt werden. Das gilt auch für den Sonderfall China. Hier ist der Hangseng China Enterprises Index, diesmal auf 20 Jahre. Den hat es ja komplett zerlegt. Allzeithoch war schon 2007 und von da aus ist er inzwischen auch fast 70 Prozent im Minus. Und wir reden hier aber immer noch von dem Land, aus dem mit Abstand der größte Beitrag zum globalen Wachstum kommt. China ist natürlich relativ spekulativ, vor allem aus politischen Gründen. Aber bei der Größe und bei der Bedeutung, die China hat auch und bei den Bewertungen ja auch jetzt, da halte ich es dann doch für einen Fehler, wenn man als Anleger sagt, davon will ich jetzt nie wieder was hören. Und abgesehen davon, wir haben ja seit Mitte Februar da auch wieder eine starke Erholung, eine Gegenbewegung. Und das aber immer noch von einem sehr niedrigen Niveau aus. Und in dem Zusammenhang, wer Ihnen auf YouTube hier erhalten bleibt, das ist mein Kollege Erik Nebel mit seinem Kanal China to Invest. Er ist inzwischen wirklich fast der Einzige, der an dem China-Thema wirklich drangeblieben ist und ganz besonders eben auch beim Thema China-Aktien. Er hält da die Fahne noch hoch hier und er ist ja jetzt auch wieder nach China zurückgezogen und arbeitet jetzt von Guangzhou aus. Und dadurch hat er natürlich auch einen ganz anderen Blick auf China als viele, die das alles von hier aus machen. China to Invest, tun Sie mir diesen Gefallen jetzt noch und abonnieren Sie seinen Kanal. Der Erik, der macht da wirklich einen sehr guten Job. Und der Link auf China to Invest, der ist auch hier jetzt nochmal unter meinem Beitrag. Und vom Aktienmarkt jetzt mal ganz abgesehen, China spielt ja auch mittlerweile eine ganz zentrale Rolle in der Weltpolitik inzwischen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das verfolgt. Was gab es nicht alles für Krisen die letzten sechs Jahre? Der große Handelskonflikt zum Beispiel, wo man schon gedacht hat, schlimmer kann es doch eigentlich gar nicht mehr kommen. Aber es ist natürlich noch viel schlimmer gekommen. Die Covid-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise her. Alles der reinste Wahnsinn eigentlich, was wir da erlebt haben. Und der Wahnsinn umgibt uns auch nach wie vor. Das war mir auch immer wichtig bei meinen Videos. Wir sind ja gerade als Anleger ständig konfrontiert mit Absurditäten eigentlich an den Börsen und auch sonst überall. Und darum wollte ich das jetzt nie so super ernst darstellen und so quasi wissenschaftlich, so wie das viele andere machen. Weil sonst kommt jemand noch irgendwie auf die Idee und denkt, das Ganze sei irgendwie rational oder sowas. Und darum ist es hier eben auch viel um Politik gegangen, um Außenpolitik, um Wirtschaftspolitik, um Klimapolitik auch in ihren Irrungen und Wirrungen. Und es bleibt alles schwierig auf der Welt, wenn wir uns die Konflikte anschauen zurzeit. Und das Auseinanderdriften ja auch der großen Machtblöcke und die globale Verschuldung und der Klimawandel. Aber auch, und das macht mir auch Sorgen, unsere Gesellschaft. Wo man sich zum Teil ja schon die Frage stellt, sind wir als Gesellschaft mental noch in der Lage, dass wir solchen Herausforderungen uns überhaupt noch stellen können? Oder haben wir unseren Kompass inzwischen irgendwie verloren? Es muss doch mehr geben bei uns als Dunkel-Deutschland und Dinkel-Deutschland. Haben wir wirklich jetzt nur noch die Wahl als Gesellschaft, dass wir jetzt entweder versinken in der totalen Dumpfheit und dass wir den ganzen Tag nur noch rumkrakehlen, dass wir jetzt die großen Weltverschwörungsopfer sind? Oder alternativ dazu wollen wir uns jetzt wirklich nur noch irgendwelche rosa-roten Welten ausmalen, wo alle gut sind und wo keiner mehr arbeiten muss und wo wir in Zukunft alle glücklich leben von unseren Dachgartenradieschen. Beides ist doch Realitätsverlust hoch 10. Das ist nicht das, was unser Land groß gemacht hat. Und man kann nur hoffen, dass es noch genug andere Leute gibt, Leute, die sagen, wir schauen uns das alles, was wir da haben, nüchtern an. Und dann überlegen wir uns aber, was wir machen können. Weil egal, was wir von der Welt halten, wir wollen irgendwie weiterkommen. Und ich glaube fest daran, dass es diese konstruktiven Leute hier bei uns auch noch gibt, weil viele von denen waren nämlich hier auch auf dem Kanal. Das sind sie gewesen und sie sind auch nicht allein. Also Kopf hoch, wir dürfen uns nur nicht irre machen lassen, jetzt auch noch von dem ganzen Wahnsinn. Und eine letzte Sache vielleicht noch. Ja, die Krisen der letzten Jahre. Aber irgendwie haben wir sie ja doch trotzdem alle überstanden, auch wenn es erst mal jetzt nicht unbedingt vielleicht so ausgesehen hat. Dafür muss man irgendwie dankbar sein. Das bin ich auch. Und wenn wir jetzt auf die Börsen schauen, dann sind wir ja zum Teil sogar auch auf Rekordständen fast. Weil es eben nicht nur schlimme Dinge gibt auf der Welt und nicht nur jeden Tag Weltuntergang, sondern es gibt auch das, was vielleicht jetzt nicht immer so weltbewegend klingt, aber es gibt eben auch jeden Tag irgendwo Erfolge und Fortschritte. Und es gibt auch jeden Tag auf der ganzen Welt neue Wertschöpfung. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum die Börsen steigen. Die Börsen, die leben ja auch von Szenarien, die leben von Narrativen. Und damit kann man auch viel Geld verdienen als Anleger. Man muss das aber auch immer kritisch hinterfragen, weil wenn man von irgendwas ganz fest überzeugt ist und der Markt ist davon jetzt aber vielleicht nicht mehr so überzeugt, dann kann man damit auch viel Geld verlieren. Und letzten Endes, das wissen wir ja alle, man liegt nie immer richtig. Man haut immer auch mal daneben. Und das Wichtige ist, dass man weiß, das ist ganz normal und das ist keine Schande. Und man darf das alles eben auch nicht zu ernst nehmen, weil so aufreibend die Börsen jetzt auch vielleicht manchmal sind. Es soll ja trotzdem auch noch Spaß machen und es kann auch viel Spaß machen. Ich selber, ich mache das Ganze jetzt seit 25 Jahren in Vollzeit. Ich bin kein bisschen klüger geworden in der ganzen Zeit. Es gibt keinen Tag, wo nicht doch wieder noch irgendwas passiert, wo ich dann sagen muss, das hätte ich jetzt aber wirklich nicht gedacht. Aber das macht es ja auch spannend auf der anderen Seite. Und ich würde auch von mir selber behaupten, ja, es macht mir immer noch Spaß. Ich glaube, das Wichtigste ist als Anleger, dass man dranbleibt, dass man auch dann dranbleibt, wenn es vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist, irgendwas. Und dranbleiben ist ja auch nicht schwer. Es gibt inzwischen viele gute Quellen, wo man sich informieren kann, viele gute Infos. Es gibt auch viele gute Finanzkanäle inzwischen auf YouTube. Und der übliche Hinweis auf das Kanal, Abo bei mir, der kommt heute jetzt mal nicht aus naheliegenden Gründen. Dafür eben jetzt nochmal mein Hinweis auf China to Invest von meinem geschätzten Kollegen Erik Nebel. China Aktieninfos aus erster Hand. Und unentbehrlich, wenn man da auf dem Laufenden bleiben will. Und vielleicht ist China ja auch eine der großen antizyklischen Chancen im Moment. Tja, und das war es jetzt von meiner Seite. Sechs Jahre über 400 Videos. Das haben Sie möglich gemacht. Sie waren die, die sich immer wieder Zeit genommen haben für meine Videos, die die angesehen haben. Sie haben meinen Kanal abonniert. Sie haben mir geholfen mit Lob hier, mit Kritik. Ohne Sie wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft nur das Beste. Viel Erfolg natürlich an der Börse. Vor allem aber viel Spaß eben auch. Und denken Sie immer dran, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und danken Sie nicht mir, ich danke Ihnen. Sie waren ein wundervolles Publikum. Ade miteinander, uff wir der Lurga. Alles Gute Ihnen und Dankeschön fürs Zuschauen.